hallo ihr lieben heute wird wieder kerzen gegossen ich habe mich dazu und dann noch mal entschlossen erstens weil ich es halt relativ gerne gemacht habe ebenso wie seife gießen und allem drum und dran was ich ja doch öfter mal wieder zeige also das sind meistens anzeichen dass ich es sehr sehr gerne gemacht habe und diesmal habe ich unterschiedliche also noch mal andere wachsfarben genommen nämlich diesmal flüssige und zwei unterschiedliche wachsarten und ich habe auch neue silikonformen für die kerzen genommen aufgrund dessen weil ich die wirklich zuckersüß fand und habe dann einmal sind es zwei so eine form die sehen aus so wie bienen waben mit bienchen dran und dann zwei normale gerade und eine herzform und natürlich dürfen auch die bubble kerzen wieder nicht fehlen ich mag sie sehr würde sie auch jederzeit wieder machen auch wenn sie halt oft mir irgendwie was raus läuft ich habe noch nicht das endgültige ergebnis jetzt gefunden ich habe diesmal auch mit so einer knetmasse ich finde die knetmasse toll nehme ich gleich vorweg aber bei der bubble kerze hat es für mich jetzt leider nicht so funktioniert wie ich es gerne wollte weil mir trotzdem wieder was ausgelaufen ist zumindest bei der großen und dadurch war das jetzt nicht ganz optimal aber ich finde die knetmasse dichtet das loch wo der doch der drin ist doch so ein stück weit ab und hilft einem ungemein dass da nicht so wirklich was raus läuft und kann also sehr gut als alternative jetzt genommen werden zu einem anderen abdichtmittel ich hatte ja zum teil diese klebepads genommen aber die waren es jetzt nicht und dadurch habe ich es jetzt für mich dann eben so entschieden und es hat auch diesmal mit der vorbereitung wesentlich besser geklappt ich habe die doch relativ schnell durch die löcher bekommen bei den bienchen förmchen bei den rosanen braucht man nicht unbedingt ein loch unten rein machen weil die bienen in alle richtungen fliegen auf dieser form und dadurch ist es egal wo man den doch jetzt rein macht oder nicht ich würde sie jetzt aber trotzdem mit dem loch machen aufgrund dessen weil sich dadurch der doch wesentlich besser fixieren lässt und man jetzt dadurch so ein bisschen die stabilität ist doch das garantieren kann und aber es hat sich trotzdem sehr sehr gut gemacht die form ich liebe sie sehr vom vom handling her und dadurch sind die wirklich gut geeignet um jetzt kerzen zu gießen machen einem das leben nicht so schwer wie ich jetzt schon mit anderen formen hatte was ich sehr schade fand dass manche formen entweder habe ich die kerzen nicht richtig rausbekommen der doch war doof damit rein zu machen und also dadurch die form habe ich auf keinen fall bereut irgendwie gekauft zu haben ebenso das herz was ich mir gekauft hatte ist auch sehr sehr schön ich habe auch die kerze da sehr gut raus bekommen und ja gut die bubbel kerzen ja man kommt das hat sehr gut das wachs sehr gut wieder raus aber wie gesagt mir läuft immer irgendwas raus also dadurch es ist wie verhext es funktioniert leider nicht immer aber gut was soll es es war wieder eine erfahrung und auch ich habe ja schon gesagt ich habe zwei unterschiedliche wachse genommen alleine für die bienchen jetzt für die rosanen form hatte wollte ich gerne bienen wachsen nutzen einfach weil es da schon eine gewisse gelbstich schon mit drin ist ich habe noch mal ein bisschen mit gelb nachgeholfen damit es noch mal intensiveren gelbton gibt was aber nicht unbedingt nötig jetzt gewesen wäre aber ich glaube mit dem weißen oder anderen farbigen wachs wäre das jetzt nicht so schön geworden finde ich und deswegen hat sich dieses bienen wachs sehr gut schon gelohnt und es hat sich auch gut verarbeitet also dadurch kann ich da auch das nur empfehlen und habt also dementsprechend da auch den mut im zweifel euch mal mit anderen wachsarten auszuprobieren ich habe ja sonst soja wachs einfach weil es zumindest das was ich bisher gelesen habe gesünder ist jetzt auch vom qualm her und allem drum und dran ob es wirklich immer so ist man weiß es nie es ist immer ganz ganz unterschiedlich man kann sich noch so viel anlesen nicht alles stimmt immer und da ich selbst halt nur bedingt immer selbst die ahnung habe muss ich mich natürlich auf das verlassen was ich irgendwo recherchiert bekomme und hoffe immer dass ich da auf der richtigen seite bin und wenn ich irgendwann immer was anderes raus finde dann passe ich meine kenntnisse dementsprechend an und nutze es dann ich habe euch diesmal nicht wirklich beim schmelzvorgang mitgenommen aufgrund dessen weil das habe ich beim letzten mal schon gemacht ihr kennt das also schon und hier geht es tatsache mehr um die form um die düfte um die farben ich habe wirklich andere farben ja auch genommen vorher hatte ich immer das feste wachsfarbe diese kleinen tiefelchen falls ihr euch daran erinnert diesmal habe ich flüssige einfach weil sich das vom handling her auch viel viel schöner macht die festen wachsfarben die sind so so schwer geschmolzen es ist aber einfach auch meine geduld ist wie gesagt nicht so sehr ausgeprägt aber wie gesagt es war einfach trotzdem für mich jetzt einfach besser diese flüssigen farben zu nehmen dann habe ich andere duftsorten bin sehr der orange zitrone lavendel eukalyptus typ und die habe ich jetzt eben auch hauptsächlich genutzt ich habe wenig mit den duftsorten gespielt ich habe sie immer getrennt weil für mich dürfte mischen immer relativ schwierig ist mir schlangen die dürfte immer ein bisschen auf den kopf und dadurch bin ich da mal sehr sehr vorsichtig ich bin auch niemand der zu viel nimmt ich nehme eher weniger und versuche da ein gutes maß zu finden es gibt viele die mögen sehr sehr intensiv die mögen vanille die mögen keine ahnung extrem intensive schwere dürfte was auch vollkommen okay ist also nicht jeder mag ja immer alles jeder ist da jetzt ganz unterschiedlich also probiert euch da gerne aus was euch geliegt jeder wird wahrscheinlich schon mal parfüm genommen haben und hat dann da so ein bisschen seine erfahrung gemacht was man mag und ich bin wie gesagt der zitronen typ zum teil ein bisschen blumig aber alles sehr vorsichtig und zart und relativ entspannt hier habe ich jetzt bei den normalen gradlinigen kerzen hatte ich erstens kein loch reingemacht und hatte es dann probiert dass ich den dort unten am unteren ende der silikonform fest mache das hat auch so erst mal funktioniert der nachteil ist als ich dann das nächste warme wachs darauf gegossen habe ist leider alles ein bisschen wieder gelöst worden und dementsprechend hat es leider nicht so gehalten aber die kerze ist trotzdem toll geworden also dadurch ich habe auch diesmal relativ viel mit unterschiedlichen farben gearbeitet teilweise schichtweise weil ich das gerne mag ich mag so eine verläufe ganz gerne ich mag die mischung ich mag so eine marmorier effekte sehr gerne und auch da sind euch keine grenzen gesetzt ist ähnlich wie beim seife gießen ihr habt alle möglichkeiten euch da auszutoben und probiert euch da aus es ist so ein tolles hobby da einfach mal so ein bisschen kreativ zu sein ein bisschen zu spielen mit farbe duft muss dann wie gesagt ich mache ja unheimlich viel eben halte diese seife gießen epoxy tarts ist auch so ein hobby wo man sich so ein bisschen austoben kann mit farben spielen kann und auch das acrylic pouring ist da so ähnlich und also dadurch wer sowas mag darf sich hier komplett austoben und sich überraschen lassen wie es dann ausschaut während ich hier noch diese sage ich auch gerne wieder ich weiß ihr kennt den spruch schon habt ihr fragen habt ihr ideen habt ihr wünsche schreibt mir die gerne in die kommentare ich freue mich über jeden kommentar wo eine kommunikation eine art von austausch stattfinden kann und dadurch gebt mir da gerne ein feedback ich freue mich sehr drauf und freue mich natürlich auch über einen daumen nach um also da dürfte ich auch gerne austoben und ich freue mich auch gerne über einen abonnenten ich freue mich gerade über jeden sowieso der mein video schaut ich freue mich aber auch über jeden abonnenten der gerne wiederkommen möchte und kein video verpassen möchte aufgrund dessen weil das halt für mich so ein tolles hobby auch mittlerweile geworden ist weil ich es gerne mache und habe dafür mich bisher einfach mich austoben dürfen und teste mich ja auch aus mit unterschiedlichen basteltechniken also wer da interesse hat da tatsächlich gerne wieder kommen darf mir ein abo dalassen und mein hobby sowohl das basteln als auch das filmen und hochladen gerne damit ein zeichen geben ich lasse euch einfach mal jetzt zuschauen bei meinem kerze gießen also genießt einfach mal das ganze kurz und wie ich da so ein bisschen mich austoben Und wiederholen. Falls ihr euch gerade gewundert habt, was ich da gemacht habe, mir hat noch ein bisschen Wachs gefehlt, weil ich gerne mit zwei unterschiedlichen Farben gerne arbeiten wollte und habe dann schon mal, weil ich schon beim Schmelzen war, also ich habe zwei Schmelztöpfe diesmal in Aktion gehabt und habe dann dementsprechend geschaut, dass ich schon mal noch ein bisschen Wachs bekomme, was schon geschmolzen ist, also nicht wundern, das ist meine Technik in dem Moment gewesen, weil ich, wie gesagt, Geduld und ich, wir haben es nicht so miteinander. Also nicht wundern und es geht weiter. Musik 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 So, und jetzt kommt die Enthüllung der Kerzen, der fertigen Kerzen. Musik 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 Aber habe es dann doch überhaupt nicht bereut und auch meine Freundin hat sich drüber gefreut, dass die Kerzen diese Struktur auch haben. Und wie gesagt, ich finde sie selber auch sehr schön und ich habe sie diesmal wirklich viel, viel länger aushärten lassen. Also auch das war für mich jetzt eine Lehre, wirklich einfach mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Hier ist meine Bubbelkerze. Die hat diesmal so einen leichten Grauschleier, den ich, der war gewollt, also nur so als Info. Und ich finde, der hat auch diesmal einen echt schönen Glanz. Es hat so ein bisschen gebröckelt, das war aber dem, weil ich so ein bisschen drüber gegossen hatte. Also es hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Wachs zu tun und dadurch, also keine Sorge, das war okay. So, hier ist mein Herzchen. Ich finde, also es sind ja zwei verschiedene Töne. Ich finde das auch sehr, sehr schön geworden. Ich fand auch die Form sehr angenehm. Also hat sich das auch sehr schön gemacht. Bei den geraden Kerzen hatte ich wieder ein bisschen das Problem, dass das ganz, ganz schwer rausging. Aber mittlerweile weiß ich, wer da irgendwie Probleme haben sollte. Ich lasse die immer so ein bisschen unter heißem Wasser laufen, also an der Silikonform lang. Und dann lassen die sich zum Teil doch ganz gut aus der Form nehmen. Aber bis ich da drauf gekommen bin und es hat schon wirklich auch, es kostet einfach immer Nerven, weil man einfach nie weiß, bekomme ich es jetzt raus oder bekomme ich es nicht raus. Aber ich habe sie rausbekommen und ich bin begeistert. Auch hier sind es unterschiedliche Farben. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich finde die Verläufe sehr schön. Das Einzige, was mir nicht gefallen hatte, war eben dieses Loch, was da entstanden ist. Aber auch da werde ich beim nächsten Mal drauf achten und werde im Zweifel auch nochmal ein bisschen Wachs nachgießen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Fragt mich nicht, warum. Es war einfach leider so. Und auch bei der nächsten habe ich halt wieder gekämpft, wie ihr seht. Aber auch, obwohl es ein kleiner Zeitraffer ist, es ging wirklich relativ schnell und gut. Also dadurch war das vollkommen okay, dass das dann so gewesen ist. Ja, wie gesagt, es war jetzt wirklich echt schön und ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder mit dabei. Und ich zeige sie euch hier nochmal. Und genau, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.